Musik Wird ich? Hallo! Hi! Ah, jetzt geht glaube ich etwas. Jesus Gott, ist das ein Scheissprogramm. Wir haben gesagt... Ja, egal. Ich lebe von Microsoft Paint, Bruder. Was ist das Problem? Alter, kassieren. Ja, ich muss einen PC neu starten. Ah, du hast noch 12 Minuten starten. Besser mit dem Mike, oder ohne? Ja, bis jetzt ist es gut. So wenigstens. Hörst du das, oder nicht? Ja, wenn du redest schon. Ja, wenn du redest schon. Ja, das wäre möglich, aber... Ja, der ist heiss. Jetzt. Besser. Ja, wenn er nicht redest, hört man sie nicht. Okay. Der enemy blue cheater. Komm mal, die haben... Die haben 3, die muted by default sind. Das kommt gut. Das kommt gut. Hahaha. Sicher noch der Stream, wo einer von dem YouTube bei default ist. Hahaha. Nein, komm. Andy, wieso hast du dein Stream bei mir offline? Ich habe schnell einen neuen Start wegen dem Stream Delay. 2 Minuten ausgeht. Da habe ich 2 Minuten bis es buffert. Oh Mann, du bist so ein Fisch. Ja, ich bin voll ausgegangen, als erstes mal 7 losgegangen. Und eigentlich kann man am Anfang gemütlich noch reindadlen. Du weisst... Ist es Single Elimination oder was? Sind wir drauschen und verlieren? Oder wie... Irgendwann raus? Oder... Nein, hast du den Urin von mir ab, Mann? Nein. So. Ach, herrlich, boys and girls. I guess. Ach, 3 Leute muted by default. Das ist doch mal schön. Das... Das macht doch Spass. Da hat sich einer die... Die krassen Dudes reingeholt. Hahaha. Da steht das so, alter Kreis. Oh, shit. Ebener Fisch. Oh, da... Du kannst links gerichten, selbst da. Ist doch schlecht. Ich bin cheated, Bro. Mann, kein Wunder verlieren. Mit einem ist jetzt nicht mal da. Machen wir ein Support-Ticket. Hahaha. Hahaha. Auf geht's. Bin ich wieder live, by the way? Okay. Auf geht's Land sind. Wird der RTL-Peak rein tun? Du hast geschehener Headshots drücken. Auf geht's. Auf geht's. Okay. Move it, move it. Oh, let's go. What we doing? Äh... Sagst du, jedes Monk, machen wir es normal. Also, B-Splitter da. Ja. 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 Also, hier kommt Dennis G.B. aus. Irgend, äh... Ja. Ich gehe kurz zurück. Ich gebe euch noch Flashes mit. Also, Con-Flash und so. Is. Nein, noch warte auf die Smokes. Nein, nein. Wir pushen später. Wir gehen in die Mitte hoch. Also, nicht in der Regel. Budget Disconnect. Ich bin wieder da. B-B. You ready? Is well gets. I'm throwing smoke. Flaschen wir rampig los. Flaschen noch Connector. Flaschen noch Connector. Die Flaschen Kaltasche. Con not low. Top Con ASAP. Ich muss die entmuten. Ja. L2 und kurz jetzt sinken. Wo ist denn sie in die Piste landen? UAH! Ich hab zwei gemacht, bitte. Das ist ja wunderbar. F***ing hell. Ist der Stream wieder live? Kann kurz jemand aus dem Chat schreiben, bitte? Der ist 1, 2. Ah, Stream 2. Wurde wenig Geld. Lägen. Rägen. Nimmmal für GALIL und KABLA. Bei euch. Hoffen wir nicht. Gibt mir auch 9 skin 4. Das kann toll liegen. Ich bin hier unten. Ja. Smoke den Top mit. Und dann nade dem a window. Ist gut. Hör dir was? Nade dem a window. Let's go. Chat funktioniert. Also warte noch auf meine Smoke. Nach nade dem a Bühne. Was? Nade. Police! Komm, komm, komm. Down. Top. Nice. Nice. André. Vorsicht, noch ein M4. Finde eine Gruppe. B4B. Geh mal B. F**k, wie sah ich denn die Ballette? Die hat kein Vlog für die M4. Ich weiss ja, wieso du Jolo krampierst. Weck ich nochmal kurz an. Ich kann links close stehen. Okay. Er hat keinen Fall, Kevlar. Nein, niemand. Ruhig, Kitchen. Er hat einen Extend gemacht. Dumpet. Geplante. Kurz bitte, den M4. Kann ich mit mir kurz laufen? Guck mal. Er hat kurz zu holen, gell? Alles gut. So, nimm dir. Hey, die Kitchen. Oh, die Kitchen. Und B kurz. Kurz, nice. Nice, gut. Let's Kitchen runter. Gummeli, jetzt für dich, Huxa. Ah ja. Alle hätten komplett eine Cross-Hand, ich kann scheiden. Zeit. Nicht gut. Er hat aber noch den Huxa geholt. Du musst runterziehen. Ja. Er hat leider auch keinen Steps mehr gemacht. Bin ich unsicher gewesen. Er ist genau neben dir gestanden. Du hörst schon, ob du flüssig bist. Du hast runtergegangen. Er wäre auch genau vor dir gestanden. Ah, fuck. Ja, alle sind schlecht sind. Schlecht, Manni Boys. Ja, ja. Es sind aber immer noch ein Awe. Es sind noch drei, vier. Ja, plus ein Awe. Und hat aber ein Awe von uns? Ich mach mit. Ich mach, ich mach. Lauf du mit. Ja, du hast einen Shit-Spawn. Nein, Bro. Millisekunden länger als der alle. Nice. Ich smoke ins Window. Oh, smoke. Wow, ich bin so ein Fuck-Fisch. Aufs Window-Rekne. B. B offensiv smoke. Wir haben gute Mitte-Controller. Nice, Dennis. Cone, Cone, Cone. Nice. Gruppe. Hast du die Bomben auch? Und ich fleisch noch einmal die Cone rein. Und dann gehen wir Richtung B aus noch einmal. Oh, wo kommt jetzt der Stand-A-Pass-Boost? Oh, ist das so ein Lucky. Dann gehen wir an. Maximal einen an eigentlich. Möchtest du den Dalu vorlassen? Ja, wir sind in der Nähe von Kontakten. Wird er nicht in der Nähe von Kontakten? Ja, wir sind hier. Ja, bei Stairs. Wir müssen das eigentlich noch einmal kaufen. Sie haben nicht viel Geld. Möchtest du wohl runterkaufen? Ja, ja. Ja, let's go. Hauen wir an. Und hol es dir. Ja, smoke mal top mit. Der Eint ist jetzt zweimal hintereinander gehandelt. Und durch smoke. Hey Reen! Moin! Ja, sorry. Heute auf jeden Fall nicht so wirklich fokussend auf Chat, weil Delay und so. Ich gehe an anderen Lampen an. Hier oben. Nein, am vier. Top, bottom, Con. Jetzt hört's. Da hat der Smoke vorbei. Kurz off, kurz off. Beweis. Kurz, weit off. Smoke! Ich bin low HP. Ähm, okay. Ich bin hinter der Boxe gerade geshottet worden ohne Wallbang. Eine B-Side. Einer Connector, eine Window. Vor Richtung Chair. Einer kurz. Kurz, ein. Kurz, Window Connector. Hast du einen Flash, Blau? Acon, down. Ich flasche kurz. Einer push, T-Spawn. Ich glaube. Ah, wem. Window. A day hit. Kurz off, jetzt. Mann. Ich habe nicht Top-Nit hinter der Boxe einen Headshot bekommen ohne Wallbang. Fuck. Wenn du hinten auf dem Rang standest, dann siehst du dich für kurz. Wollen wir B-Contact oder A-Haus raus? Ich glaube B sind es schwach, Mitten sind es stark. Ich smoke noch Top-Mit. Du könntest schon mal... Oder du hast du, Dennis? Ja, kann ich. Mach mal L und Window Smoke, Dennis. Ja, kann ich mich? Ich habe eine. Ich kann Window smoke. Also mach ich L. Wir machen DP Smokes. Ja, das ist schon gut. Ich flashe noch zweimal, dann. Ich bin ready. Lass auf, warten wir mal auf. Lass uns ins Hof kommen. 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 Werfen wir die Smokes jetzt. Go. Wenn nicht, bitte. Ich habe zwei Flaschen. Lösch, 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 lösch. Weck, lass mich. Ah, Bro. Ich kann nicht. Nice. Kurz Pilla. Nice. Nein, kurz. Ah, ich bin schon tot. Kurz. Kurz dann. Einen für die Kitchen. Ich habe noch einen kurz. Kurz und die Kitchen. Oh, ich bin nicht glücklich. Nein, ich bin gleich. Beimp ghricht Twe swiftly. Yes, nein, ich bin gleich drei Flaschen. Ich stehe mich Lemon. Nie stehe dich für an unemploy Gottes. Nein, ich bin gesteiget. Ei, ich bin bedaraf ich den Hafen. Ich bin finanziert. Ich befinde. Der Herれる Typ ... Die psychic ist vor dir. Ich bin glyph vertig, das ... Niiice, let's go! Tut's blöd. Sie haben eigentlich kein Geld. Sie werden aber fassen. Ja, probably. Entschuldigung. Ich stosse mal auf die Palace. Die haben jetzt ein paar Mal angepasst. Wenn ich es richtig gecheckt habe. Die pushen überall. Die haben Bock. Soll ich mit dem Huxi etwas anmachen? Oder soll ich mit euch B-Metti kommen? Kannst du mal Metti mitgehen? Lass ich Metti Rampi. RIP. Sorry. Lass noch mal Metti Rampi. Diegel Metti. We need out. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. We need. Smoke window. I'm throwing smoke. Das ist leer. Schauen wir es raus zu halten. Andere kann er wieder Stehenis geben. Das ist mein Regime. Ja, ja. Und einen Topcon. Hat er angeheizt. Unlucky. Er ist ja genau rausgekommen, als ich geflasht habe. Angeheizt im Con. Ich habe ein Wind-Dogged. Aber ich könnte peeken. Nevermind. Defender. Kurz M4 minus 70. Geht es zurück. In Richtung Mitte. Geht es zurück. Eine Con, glaube ich. Die ist unten Con. Eine Jungle Con. Down. Down. M4. M4. Ich smoke kurz ab. Besser ist da. Das ist schon mal so ficken. Er ist blind. Auf der stairs. Auf der stairs. Jetzt roll. Der nicht blind ist. Jetzt kommen wir super auf. Auf dem solo irgendwo. Ja. Ja. Wir haben den Kondel. Ja. Ja. Der kommt halt genau raus, wenn der Dall sich wegtreibt. Ah. Was really unlucky. Let's go boys. M4. 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 Ich hab die Basmog. Der hat die Kärtersinde. Nice. Ey! Ein im Con! Ja! Dangel und Con. Lol. Puh! Fenexiert, oder? Ja. Ne, really? Genkepock. Ich glaube, du hast schon dreimal oder viermal gekneift, oder? Äh, wir werden eigentlich wieder. Ah, never mind. Machen wir schon. Probieren, schnell. Oder so. Oder so, ja. Habitsch machen? Palos, Regulier, Flash. Willst du rennen oder sneaken? Sneaken. Wenn du rennst, wäre es einfach so ein Moli. Flash! Wir sind gemolotowt, wir sind gemolotowt. Okay. Kommt nicht einer. Flash kommt jetzt. I'm following a flashback. Abwech. Äh. Ah, du musst gleich mal rauf. Ah, du musst gleich mal rauf. Ah, schon lucky gewesen. Wir sind ja verdammt triple block gewesen. Hehehe. Haben wir nicht mitjubben gemacht, oder so, auf eine Runde? Nein, nein. Sie haben mitjubben einen gehabt. Ich muss aber auch eine Rampen raus. Wir können auch einfach mal rausjoggen, ja. Komm, Mann. Ich gebe sonst zwei Flashes. Soll ich runterkommen, wenn ich den Topspan anhole. Oh, er ist so. Nein, du machst Headshot. Weil du machst Headshot. Flasher. Flasher. Äh, du bist drüben. Ah, der Flasher. Uuu. Ja, ich habe zweimal geflasht, ja. Nein, nein. Ich habe zweimal geflasht. Woher ist die Flasch? Lampenflasht. Ganz wie immer, normal. Mir hat sie verwirrt. Ja, gut. Also jetzt normal alleine. Ich weiss, das ist ausgewirrt, das ist ausgewirrt. Darüber flasht. Dennis, geh mit der Bego ab. Die sind shit, da. Nein, sie sind einfach Quick-Boost. Kannst du nochmal probieren, aber ja. Ah, sie sind Quick-Boost. Ja, sie spielen einfach überall AWPs, hm? Da ist der Trump, ja. Da ist auch noch wieder einer. Auf deinen... Triple-Nade, Mitty. Mitty-Post-2. Komm mal rein, Mitty-Low. Ah, nice. Window, Window. Ey, aber er ist doch nicht zu ready für das, Mann. Window. Ah, du, das ist ruhig. Ich will das Timetable machen, der cheater. Ich will das Timetable machen, der cheater. Alter Mann. Gibt's noch ein Space-Shift? Hör mal irgendwie, Underpass, Mitty-Window-Smoke, einer von Tears von uns, der zweite Underpass, leisliches Window-Boost, äh. Ja, komm mal an, aber die pushen mit und alles. Also, wenn dort niemand am Anfang einstellt... Die Smokin-Mitty, so mit die US-R2, mit die... So, nicht einfach die Smokin-Window. Ah, die Window-Smokin, das ist ja fast auch... Soll ich noch Top-Mit-Smoke oder was? Ich mach. Der Sneaker hier. Wahrscheinlich schon mit der Beobachtung, Dennis. Nein, nein, ist da da. Andere ist Smokin. Sie warten immer auf den Flash, nachher picken zu Hause. Ja, da wird gebannt. Unter dem Mund-Weichauer, hinter der Smokin-Mittow. Hinter der Smokin-Mittow. Ich will da links einer, One-Way. Wenn der Smokin geblockt, oder nicht, bis... Schauen, ob ich einen kurz kann. ... Eigentlich... Eigentlich... Es sind es einfach zwei, die uns komplett vernichtet. Ja. Ja, ich geh nicht los runter. Es ist wieder zuhörig sinnvoll, eigentlich, der im Konrad hat den Flash, um so ein Flash zuhause zu holen. Hey, drop nach einer Bombe, ich geh mal richtig an, einfach geh ab, weil wir in der Toure keine Präsenz sind. Irgendein ist schwer, das ist es schnell gepustet. Mit die Flash. In der Window. Links oben oben. Ich glaube, Window rechts drin kann das sein. Ich glaube, Window smoke fehlt. Mit dem Autosniper, Mann. WK. Trampen drin, glaube ich. Kurz auf, kurz auf, Achtung! Nice. Kurz hat mich, Window auch einer. Der Dude ist einfach überall, Mann. Darfst du es irgendwie kommen? Er ist... Ja okay, Mann. Er ist wirklich zu gut für mich. Kontakte mir das einfach. Kurz war. Er hat 10.000 Stunden zuerst, Dude. Seite, Daun. Flasch nach oben hoch. Stairs schon! Stairs, Flasch nach oben. Unter one. Nein, ich habe es geschmückt. Fuck. Du hast doch keinen Zeppern im Fall. Ich wollte noch die Lokale hinter dir kommen. Ah. Stell dir vor, es würden alle einen Stern holen. Hätten wir 10-5 gehabt, dann wäre es ein Uwe gewesen, oder? Hehehe. Ist das ein Uwe? Ich habe ihn anwenden. Mit der Bra-WP. Mit der Bra-WP. Mmmmm. Oh nein. Ich bin keinem, wenn keiner confident ist. Bro, der Dude ist der zweite Fade-Hit in Österreich. Ich. Pink. Ja, der ist der zweite Fade in Österreich. Er hätte 5'000 eh lassen müssen. Die Flasche an der Grad-Drei. Underhand. Ich gehe gleich weiter. Dave entschieden. Hehehe. Ich habe noch nie Hilfe von diesem Dude. Mit der Bra-WP. B-Low-WP. Ach, jetzt so low. Eine W-F hier in der Mitte. Von. Und kurz vor. Auf dem Glender-Kurz. B-Schaltosniper. Low-AP. Oder Angerscheiss mit der Negev. Ich bin einfach A-Roll-Low-Die-Runde. Eine Mitte gsi. Eine B. Drei. Ah, nein, Chatel. Sie sind einfach der King-Q, der 30 Fracks macht in 11 Runden. Und irgendwie 5'000 Yellow-Facet hat. Keine Ahnung. Aber Arege Lentz Конечно. Die Rundez Notice. Das war's für heute. Hallo REXI! Können wir noch mal anjoggen? Ja, können wir. Mit Smokes kann ich auch sagen, ja. Ach, es ist Jungle Smoke. Einen bitte noch Stealth smogen. Ja, mach ich. Flashback! Pokémon? Jo! Da machen, ja. Ist eigentlich nicht mal Molotov angefangen. Das hast du zweimal. Ich meine, er kommt jetzt. Da hast du noch Jungle rein. Ich versuche den Verzehrter zu legen, Beweis. Er kommt einfach zu. Wo ist er? Er rennt da. Er wird, äh... Pulsi. Er hat jetzt schon da hingeschossen. Ja, gar nicht. Ach, Cheater in einem Stream-Mockup. Ich hab's noch nicht mehr klar. Das ist die... Fogschnau Palace. Irgendeine Schütte hat einen reingepuscht, der im Free-Frag. 27 in 4. Bro, was macht da ein Dude mit 4300 Helos in einem fucking Streamer Cup? Ja gut, geil. Es gibt Streamer, die müssen das machen. Und dann gibt's Streamer, die müssen das nicht machen. Nice. We're done. Ja, wir genommen Con. Con, let's go Tag! Einer ist Cerf. Oh, ein Bomben zu euch. Ah, 4HP. 6HP, Jungle. Und? Habe, äh, nicht runter. Ich hab Steps weggefegt, ich komme gleich wieder Pass. Okay. Einer ist im Jungle mit Negev. Der müsste echt ein Scout Deck haben. Ja. Sollst du mal in den Jungle flaschen? Nein, ich seh nichts. Ja. Seht ihr da? Das ist das Scout Deck gewesen. Wie kurz könnte ein Autosniper aufkommen? LGZ. Was ist das? Oh, RIP. Ja, aber Alter! Was machst du da? Der Dude! Der Dude! Wer spielt wo? Äh, weiss nicht. Wegen zwei Runden, dann spielt es mir nicht so eine Rolle, wo ich spiele. Ich gehe mit dem Dennis. Ja, gehst du mal. Ja, ja, B. Shutdown, Alter. Let's go! 15 in a row, boys! Let's go! Ich mache einen Jump Peek und ich mache einen Bench oder so ein Jazz. Heide, Bro. Ich gehe voll gerade auf Headshot, Mann. Ich bin jetzt ein Kind gekommen. Oh! Und sah schon draus? Ja, ja. Oh, haben wir. Ah, nein! Ja, vier mitten. Ja, drei. Ja, alle vier, alle vier. Wir haben einen Con. Sie sind zu gut, ich werde nicht peaken. Sie sind doch fix kurz durch, oder? Ja. Einer Down kurz. Einer Con rein. Zwei von der Window, einer kurz. Zwei von der Window, einer kurz. Zwei, glaube ich, Window. Zwei von der Window. Dr. Kitchen, hier kurz. Dr. Kitchen, hier kurz. So, jetzt erwartet er mich da. Ich peake jetzt da. Zwei von A. Er ist immer noch im Window. Ah, er hat schon zu. Einen Triple. Einen... Triple. Der FC hat einen. Hey, viel Glück alle. Ja, vor allem da wartet einer, verdammte Scheisse. Du musst den Bunnyhop reinmachen. Nehmen. Oh, du hast dich gegen den King gewonnen. Recht. Titi Bro. Ja, ich weiss. Titi Bro. Hey, aber du hast ihn immer gegen den King gewonnen. Du musst noch mal ein Tipp fallen. Würdest du den Schritt nach links machen, hätte er die Window nicht mehr gesehen. Ja. Ja, der hat mir schon den Headshot gegeben. Ich habe den überholen. Ja. Ich dachte, den haben wir verloren. Weiss. Also eigentlich immer ich war ja alle verloren. Aber eigentlich einen Stern. Nein, nein. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. Gernade. B, 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 B. Ja, ich bin am Heiden. Bummenzaun. Bummenado Pets. Aaaaaah. Oh, schau. Bummenzaun. Bummenado Pets. Aaaaaah. Aaaaaah. Bummenzaun. 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 und man lernt mit solchen Events. Das ist schön, sagen sie uns das, nachdem wir 6-1 verloren haben und Tossi. Da war es jetzt schon ein bisschen eine Joke. Ja, wir haben schon geschrieben, wie hart das fängt. Also, das hat gerade überhaupt nicht wirklich gross Spass gemacht. Der Typ könnte Tossi in irgendein EPS spielen und kommt in den Streamer Cup und hält einfach schnell jeder um. Nice. Der braucht Selgato Streamer Dug. Der braucht Dug. Der ist wahrscheinlich auf seiner Amazon Wishlist, gell Dennis? Wie eine Idee installiert man ins Port-Atlantid? Ich weiss einfach gar nicht, ist das eine Runde fertig? Ja, ich glaube es war das Bracken. Ich glaube einfach nur ein Single, in meiner Ecke. Ja. Brauchst du mal? Ja, können wir schreiben. So, liebe Anti-Viewers, das wärs gewesen mit dem Special 3. Es ist ja klar, dass wir genau da ein Team bekommen. Ja, natürlich. Es war so klar. Ja. 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 Ja.